Hallo und willkommen zurück zu Minecraft City Builder. Nehme ich direkt nach Episode 24 auf, also willkommen bei Episode 25. Ich habe meine Diamond Pickaxe und die Kettenbrust Sachen mal hier in die neue Kiste gepackt. Jetzt schlafen wir und dann gehen wir mal nach hinten zur Farm. Bauen wir da ein kleines Farmhaus. Dann können wir hier noch mal kurz ein bisschen rasieren. Wenn ihr hier die letzte Episode gesehen habt, wisst ihr, dass da bald was für ansteht, wofür ich das brauche. So, 11 und 5, nicht so viel, besser als nix. Die Eier. Oft können wir tatsächlich einen gehabt, der geschlüpft ist. Kann auch Zwilling haben, habe ich letztens gesehen in einem anderen Video. So, Mario, Luigi und Peach. Auch noch da. Sehr nice. So, du bist ihr verkehrt hier. Ich werde dich noch mal nehmen. Und dich und dich. So, und dann brauchen wir aus dir das. Aus dem das. Aus dem das. Und dann das. Und natürlich ein über. Die kommt da nicht dahin. So wie das. Gut. Und dann brauchen wir zweimal das. Hier ist noch ein Goldhelm. Können die actually mal reparieren, oder? Wie sieht das kaum lohnt. Aber warum nicht? Müssen wir das nicht zweimal equippen. Sondern nur dieses eine Mal. So, hier soll am besten so eine Art Hütte entstehen. Mit Ausgang. Ja, machen wir mit Ausgang. Kleinen Garten. Da. Actually. Und dann machen wir das hier alles. Ausgang bis da. Das wird aber Holz, denke ich. So. Nehmen wir Elchen. Oder nehmen wir Fichte. Ach komm, wir nehmen Elche. Äh. So. Und du weg. Ach ne. Ach. Ne. Ach. Das mach ich. So. Los geht's. Gut. Da hin. Da hin. Da hin. Dann bauen wir da ein hin. Hier. Hier. Potenzial ist ein, zwei, dreier Fenster hin. Und da hin. Dann kommt da einer hin. Äh. Das gleiche, was wir da machen, machen wir hier auch. So. Das wird nur eine Wand. Das wird nur eine Wand. So. Und hier machen wir so eine Art Scheunending hin. Wie weit ist die Frage bis hier? Ja. Hier machen wir so ein bisschen Scrap-mäßig. Hier machen wir so ein bisschen Scrap-mäßig. Blender und Fenster überall rum. Gleich. So. Damit ihr so ein bisschen die Idee versteht. Äh. Das ist zwei. Ja. Ja. Das ist gut. So. Dann müssen wir das hier rüberziehen. Machen wir mal drei. Doppeltür. Weiter. So. Oh. Ne. Drei. Vier. Für Chests, maybe. Zwei. Drei. Vier. Für Chests. Jetzt. Das ist der, ne? Also sonst ist es ja da und da. So. Eins. Zwei. Drei. Doppeltür. Drei. Vier. Fünf. Dreifach Tür. Okay. Ja. Das passt mir ganz gut in T. Oh. Ne. Okay. Machen wir das so. Hier. Machen wir das so. Und hier wieder so. So. Gefällt mir das doch. Sehr nice. So. Dann ziehen wir die Grenzen. Hier ist mal drei hoch. Eins. Zwei. Und überlegen schon mal, wo wir Fenster reinziehen. Ähm. Drei. Drei. Wo bauen wir hier Fenster rein. Ist die Frage. Also hier auf keinen Fall. Hier auf keinen Fall. Das war so ein bisschen so eine Lageecke hier. Das war so ein bisschen so eine Lageecke hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Kommt da ein Fenster rein. So. Das bleibt alles offen hier. So. Das bleibt alles offen hier. Das gefällt mir hier noch nicht. Das muss ich mal ändern. Äh. Das kann auch so zu bleiben. Fünf. Fünf. Chests. Da kommt ein Fenster rein. Äh. Oh. Oh. Hier drei Fenster. Ja. Kommt. Bisschen. Offen muss es nicht schon werden. Oh. Zwei. Eins. Das ist schon. Zwei. Und so. Das gleiche machen wir natürlich jetzt hier. Hier. Dreier Fenster. Ja. Finde ich cool. Nice. Okay. Ähm. Dann fackeln wir das Ding mal von außen. So. So. Das wird die noch mal ändern glaube ich. Erstmal drüber gehen so. Dann setzen wir die hier mal nach außen. 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 Ich sollte eigentlich aufhören glaube ich. Da setzen wir die dahin. Hier wieder außen. Wieso. Komm. Egal. Wieso. Komm. Okay. Be ready. Be ready. Be ready. Ey. Ich muss jetzt echt erstmal reloaden am Herzen. Ich glaube dann beende ich auch die Episode für heute. Puh. So. Der Grundriss steht. Das könnte auch ein guter Episodentitel sein. Nächste Episode geht es dann weiter. Äh. Äh. Wir müssen uns beladen mit. Wirkenholz. Und ansonsten haben wir glaube ich alles. Oder. Ja. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen. Ein bisschen äh. Holz besorgen glaube ich. So. Das können wir noch machen. Stufen müssen wir dann noch einbauen. Ja. Aber das war alles in der nächsten Episode. Äh. Ja. Wenn euch die Episode gefallen hat. Lasst ein Like da. Abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Wo es mit dem Bau hier weiter geht. Bis dahin. Bye bye.